Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms. Ich werde das Spiel mal schnell starten, voll betreiben machen und dann müssen wir kurz warten, dann geht es los. Ich habe es mir gerade schon heruntergelandt, meinen alten Account wiedergefunden. Ja, schon wird so schnell geredet. Rise of Kingdoms. Okay und da ist meine Stadt. Schauen wir mal hier, eine Forschung, hier die Leute produzieren, die schnell wieder neu ausbilden. Beim Hochland habe ich so eine Nachricht gekriegt, dass meine Mauer auf Null reduziert wurde. Also, ich denke mal, da ist das hier, ne? Die ist unbeschädigt. Ist auch gut. Also passt alles. Als Einsamminier. Zack. Mein Ziel ist immer wieder, die Tagesziele zu erreichen. Ich meine, alles schaffen, würde ich glaube ich nicht ganz. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich werde ein bisschen schneller spielen, weil mein Essen gerade fertig gemacht wird. Oder weil ich mein Essen gerade fertig mache. So. mach jetzt einfach mal. Ich weiß nicht. Ich sehe das. 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 Immer noch? Was habe ich denn da jetzt noch verpasst? ich glaube nichts nur für 2 also nicht für mich egal Post beanspruchen beanspruchen haben wir hier noch beanspruchen ok ok hm damit klinge ich hin ah, hier kann man sich die ganze Musik anhören oh my nice Christmas 24 Lieder gibt es aber ein kleines kleines Album hier drauf ähm hier hat die Nachrichten wieder keine Nachrichten gratis jawohl ok was haben wir hier noch Kampagne 12 Stück ah diese Truhen einsammeln wenn ich später stark bin werde ich die mal auf 3 machen und den auf 3 aber das dauert noch ein bisschen Bündnis 21 50 Patrick the German mein eigener Clan und einen neuen charakter ich muss doch die spenden machen meist habe ich ja genug 400.000 dann gehen wir jetzt mal in die dades rein tägliche quest besiege ein barban trupp ich weiß dass ich 9 besiegen kann und dass ich dabei mehr wie 50 verletzte habe weil ich brauche ja 50 verletzte für um die leute zu heilen ist ja auch eine quest die kinderspiele kämpfen noch ein sieg jawohl jetzt habe ich die verletzte die kann ich jetzt einmal schnell heilen da ist mein sanitätshaus heilen in drei sekunden zack 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 anspruchen 10.000 sammeln oder ich nehme die reiter ne ich weiß ja ob ich dann schneller bin 2.11 2.25 ich weiß nicht ob ich jetzt gerade im gegnerischen königreich bin weil wenn ja dann muss ich boah ist das weit weg weil ich im gegnerischen königreich bin muss ich immer zoll bezahlen und bin ich drin ach ne ich bin nicht drin gut dann haben wir das auch schon mal holz ich halte durch für mein volk für mein volk aber trotzdem elf raus mein sohn wird unsere ruhmreiche linie weiterführen ok verimpfen wir mal kurz dass ich auch wirklich der richtige bin ähm schlüssel eins das kleid nummer zwei topf nummer drei und der pfeil nummer vier 93 prozent richtig gehabt gut dann haben wir jetzt noch das geht gerade nicht der arzt bin ich dabei muss die leute noch abholen zack fertig stein muss noch 7,5 barbanen muss noch einer verbündeten helfen talitierte handwerk ein gebäude um eine stufe aufwerten das geht nicht aber der hier der geht eine stunde 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 kann ich für mich aufwerten 1 6 6 6 6 7 6 raus 5 9 9 9 ich kurz den hier und mach einmal turbo rein eine stunde und mein essen eine minute ich mach mein video noch schnell fertig okay damit wir da und ja muss abkühlen ok ein gebäude aufwerten die truhen muss sich noch öffnen genau 1 städtige die goldenen kann ich alle öffnen da gibt es keine quest von bestätigen sammeln 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 vielleicht auch einen angriff helfen truhe öffnen fünf ressourcen gegenstände benutzen fünf das passt doch hier ich hoffe das war das sieht auch dazu leider nicht dann benutze ich holz fünfmal holz zack silbertruhe ok einmal den vorschub benutzen dann einmal stein benutzen mit holz fehlt mir noch ich glaube mit geld war das nicht gewesen holz mit geld war es nicht aber sammeln sammeln war noch dabei meine leute schneller sammeln habe schon zwei losgeschickt fünf sachen kaufen und nutze wissen das ist auch wichtig da benutze ich oh ich habe zwei neue johanna von orlena und königin tamar von georgien fahr mal mit der an ach ne das nicht da eins drei drei vier fünf das war einkaufen da der händler ist gar nicht da schade ups funge ich denn da auf das geht nicht das geht nicht akademie muss ich ausbauen ah hier eine stunde vielleicht reicht das ja schon ach da kommt weiter ja wenn wir unser 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 6 Sekunden, dann sind sie da. Was habe ich denn noch hier? Ein Barbaren angreifen. Ah, das kann ich noch eintragen. Drei Briefe. Der ist auch fertig. Da bin ich bei. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich auch nicht mehr hin. Öffnen. Bestätigen. Ah, guck mal hier. Zack. Ich habe noch zwei Schlüssel. Und nochmal. Zack. Bestätigen. Ah, noch ein ganz bisschen. Bin ich bei? Geht nicht. Ich habe keinen Holzschub. Leider. Müsste ich mir erst wieder kaufen. Aber der Händler ist nicht da. Leider. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich gehe noch mit die Steine zusammen. Immer noch nicht da. So. Ein Mist. Mist. Habe ich die Akademie eigentlich jetzt schon fertig? Ach, das war das mit der Akademie, ne? Bündnislager. Hm, egal. Äh, Posten. Sperrlager. Bündnislager. Burg. Taverne. Hier ist die Akademie. Passikuraten. Da kommt mein Steinsammler wieder. Und. Jawohl. Geschaffen. Den habe ich auch fertig. Ich muss den. Hm, dann halt den. Kampagne. Eins. Vielleicht kriege ich ja hier nochmal was zu kaufen. Ne. Leider nicht. Gegenstände habe ich zwei neue. Sonstiges. Kommandant 13. Und den anderen. Talente. Ach, Talente. Eingliederung hört sich gut an. Das habe ich noch nicht. Ein Talent habe ich noch. Anstorben. Anstorben. Ich weiß, ich habe mal eine andere Gefühle. Am eh weniger als 50. Anstorben. Okay. Okay. 3% und Bogenschutzung 3, der einzigste war hier mit 5% stärker, gehen wir da rauf, die Fähigkeit Super, was habe ich hier noch, Fähigkeit, aufwerten und da habe ich nochmal ein, aufwerten Dann nochmal ein, und hier nochmal ein, dann nochmal ein, hier nochmal ein, und ich glaube Ich kriege da zwei neue Kameraden Kaukau, oh nice, Dynastivoria Und das ist, ihr seht da, Mitsunari Hm, genau Der hat ein Video Ich schau jetzt mal kurz das Video an, und dann war es das auch schon für heute Ich habe alles erledigt, dann die Tagesziele Naja, mehr brauche ich nicht Und dann will ich mein Ticket abholen Und sage schonmal, Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Mal bei seid Bis dann, natürlich viel Spaß Und auf Wiedersehen, dir auch Zwerg Ciao, ciao 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 Vielen Dank.